So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramse ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon GO. Heute war der Shigi Community Day Classic. Aber nicht der von vorletzter Woche, sondern der von dieser Woche, weil der von vorletzter Woche, da gab es ja Probleme mit dem Pokémon Trainer Club. Man konnte sich nicht wirklich anmelden. Manche Leute hatten da Probleme. Ich empfehle also jedem, der immer noch bei Pokémon Trainer Club Anmeldung ist, macht euch bitte eine zweite Anmeldeoption. Egal ob mit Facebook oder über ein Google Konto. Ich hatte da auch mal ein Video dazu gemacht, wie man Trainer Club zur Google Anmeldung wechselt. Weil das einfach schneller, besser, sicherer ist. Und du musst nicht jedes Mal deine ganzen Daten neu eingeben. Du drückst einfach nur auf Anmelden, bist drin, fertig. Das finde ich auf jeden Fall genial. Es gab schon so oft Probleme mit dem Trainer Club. Deswegen verstehe ich niemanden, der über den Trainer Club sich anmeldet und nicht mindestens noch eine andere Option über hat. So, da gab es Probleme. Deswegen wurde der C-Day mit Shiki, der ja schon Classic war und Wiederholung C-Day war, nochmal wiederholt. Nämlich heute, 14 bis 17 Uhr. Bei mir ist es jetzt 15.52 Uhr. Wir waren wieder eine Stunde draußen von 14 bis 15 Uhr. Ich bin so müde. Ich bin so fertig. Ich bin so total. Die schlaflosen Nächte mit Jonas. Dann die ganzen Events, alles nacheinander hin und her. Dann die ganzen Sachen, die du sonst noch machst. Da die Vlogs, das Schneiden von dem Zeug sind. Und ja, also bin froh, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, mal eine kleine Hauszeit und eine Pause hat. Jetzt waren wir eine Stunde aber unterwegs. Und ihr seht es vielleicht schon am Titel. Der Titel heißt, dieser C-Day war Routine. Das sollte doppelt sein, eine Doppeldeutigkeit haben. Nicht nur Routine, weil man so sich mit Shiki anvertraut hat, dass man ja alles weiß, die Hunderterwerte, was man machen muss, welche Aufgaben es gibt, wie das Shiny aussieht, wie hoch das kommt. Dass es dann in den Feldforschungen mit Sonnenbrille gibt und dann gibt es da ohne Sonnenbrille und so weiter. Also es ist so vieles gewesen, was man alles schon wusste. Aber ich habe es auch aus einem ganz anderen Grund noch so genannt. Ich habe zum Start des C-Days eine Route erstellt oder wollte eine Route erstellen, dass ich jedes Mal jetzt, wenn ich im englischen Garten bin und dort ja eigentlich immer C-Day spiele, dort den C-Day spielen kann und die Route zum C-Day, die ich erstellt habe, dort ablaufen kann. Wer nicht weiß, wie man Routen erstellt, das noch nie gesehen hat, der kann sich den Stream ja mal angucken, nachträglich, der ist auf YouTube verfügbar. Da sieht man, wie ich diese Route erstellt habe, wie wir da gelaufen sind und wie wir dann ganz am Ende diese Route abgespeichert haben. Falls die durchgeht und angenommen wird, jetzt jeden C-Day wieder aufrufen kann. Dann haben wir natürlich wieder das Spiel gemacht, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny, wer hat die meisten Shinies insgesamt. Diesmal war ich der, der den ersten Punkt geholt hat. Ich war mit Pupsi unterwegs, mit Marie und Jonas. Pupsi hat mitgespielt. Pupsi hat nicht das erste Shiny bekommen, das erste Shiny habe ich bekommen. Das heißt, ich kriege erstmal einen Punkt. Dann ging es auch darum, wer kriegt das erste Shiny mit Sonnenbrille. Das habe auch ich bekommen, deswegen habe ich schon 2 zu 0 gepunktet. Ich liebe diese Challenge, nämlich das letzte Shiny hat Pupsi dann aber bekommen. Es war eine richtig lange Duchsstrecke, wo gar nichts mehr ging. Insgesamt hat Pupsi aber, glaube ich, nur 4 Shinies bekommen. 3 normale, 2 mit Sonnenbrille. Wenn ich jetzt hier mal reingucke, wie es heute aussah, sehen wir hier 1, 2, 2 mit Sonnenbrille und insgesamt 5 Stück während der einen Stunde und eins kam ja erst 15.10 Uhr oder so. Das zählt ja eigentlich nicht mehr mit rein. Wir können die Shinies, die wir bekommen haben, jetzt trotzdem mal bewerten und zeigen, das hat 0 Sterne. Das ist also richtig schlecht, aber das war das allererste, was ich hatte mit 104 WP. Dann kam das zweite hinterher. Gerade am Anfang, in den ersten 10 Minuten, habe ich, glaube ich, schon 4 Shinies miteinander bekommen, auch mit Sonnenbrille. Das fand ich richtig stark, das hat Spaß gemacht. Dann haben wir hier 1 mit Sonnenbrille eben aus der Quest. Deswegen hat das auch die besten Werte von allen bis jetzt. Shiny, Schickie mit Sonnenbrille aus der Quest. Dann trotzdem noch 3 Sterne, auch wenn es ohne Quest war, diesmal wild. Einmal auch mal 1 Stern, nochmal 3 Sterne. Dann haben wir hier nochmal 0 Sterne, hier 0 Sterne. Und das waren die Shinies, die ich bekommen habe. Jetzt will ich mal schauen. Achso, na gut. Schillernd und 3 Sterne brauchst du gar nicht suchen. Du hast ja jetzt gesehen, welche 3 Sterne haben und welche nicht. 100% gab es diesmal auch wieder nicht. So, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hier oben 100% gab es nicht. Da ist kein Schickie dabei. Ansonsten, wenn ich hier Turdok antippe, habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, dass ich damals beim allerersten C-Day mit Schickie Glück hatte. Oder am 08.07.2018 habe ich aus der Quest 100% Sonnenbrillen Schickie bekommen in Shiny. Habe das dann auch durchentwickelt, das zur Megaentwicklung gemacht. Das war auf jeden Fall das absolute Highlight damals. Wie viele Schickies habe ich jetzt insgesamt heute bekommen? Da kann man glaube ich Schickie und Alter 0 eingeben. Dann müsste das, so sind jetzt die Zahlen hin, 171 Schickies habe ich gefangen. Das sind die alle hier in dieser Liste. In einer Stunde, ich weiß nicht, ist das viel, ist das wenig. Wie viel fangt ihr immer so ungefähr in einer Stunde? Wir sind halt sehr gemütlich gelaufen. Es war, wir haben keine Logmodule angemacht. Früher ohne Logmodule ging ja gar nichts. Jetzt mache ich mittlerweile gar keine Logmodule mehr an. Wir sind gemütlich gelaufen. Ich habe den Rauch angehabt. Habe nebenbei die Quests immer so ein bisschen gemacht. Wir mussten dann da kurz warten, da kurz warten, hin und her, alles. Also man kann sicherlich effektiver spielen. Man kann bestimmt mehr Spawns haben. Man kann aus allem viel mehr rausholen. Ich habe auch keine Megaentwicklung angehabt. Hätte ich machen können. Hätte mich ja nichts gekostet. Habe ich ehrlich gesagt vergessen. Aber ich denke mal, wir haben eh genügend Bonbons. Hier 3.900 XL, 59.000 normale. Das dürfte reichen. Hunderer war nicht dabei. Shinies habt ihr gesehen. Ich will mal ein bisschen noch das fangen, was jetzt hier rumsitzt. Ich habe mir nämlich noch mal drei Aufgaben abgeholt. Fange drei Schicki. Da kommen noch mal drei mit Sonnenbrille raus. Hier sitzen auch mindestens noch drei. Die will ich jetzt wegfangen und schauen. Manchmal hatte ich nämlich im gesamten C-Day in der Stunde nur drei Shinies. Uh, es ist riesig. Und als ich dann zu Hause war und habe hier das gefangen, was da sitzt, habe ich mehr Shinies in dem Moment bekommen, als während der gesamten Zeit, als ich rumgelaufen bin. Deswegen will ich das hier gemütlich jetzt noch wegfangen, um zu schauen, ob da vielleicht noch ein Hunderer dabei ist. Oder ob da vielleicht sogar noch ein Shiny dabei ist. Und dann holen wir noch die aus der Quest ab, die drei Stück. Und beziehungsweise könnte ich die, die zwei Stops kann ich doch vielleicht auch schon drehen. Warte mal. Das machen wir jetzt noch fürs Video 397. Der Hunderer-Wert müsste ja über 400 sein. Über 405, über 406 vielleicht. 400, was weiß ich. Komme ich jetzt hier dran, dass ich den noch drehe und den auch noch drehe, dann die restlichen fangen. Und dann müsste ich, das ist ein Dodo, das wollen wir nicht fangen, das lassen wir einfach stehen. Du gehörst nicht zum C-Day. Ja, ansonsten fand ich die Idee mit der Route ganz gut. Dieser C-Day war Routine. Man kennt ihn schon, ja. Aber dieser C-Day, dachte ich, das Routen-Feature ist ja jetzt so da, dass jeder Routen ablaufen kann, wenn er welche in der Nähe hätte, um die einzustellen. Die meisten Leute können aber trotzdem noch keine Routen selber erstellen. Ich kann Routen selber erstellen. Und wäre ja Quatsch, wenn ich keine erstelle, wenn ich sowieso jeden C-Day dort langlaufe, kann ich das ja machen. Hat man nämlich die Möglichkeit, bei einer erstellenden Route, wenn man die abläuft, auch Zygarde-Zellen zu finden, wo die meisten jetzt drauf geiern, weil die ihre Form wechseln wollen von dem Zygarde, was die haben. Und auf einer Route spawnen auch, glaube ich, mehr Pokémon. Es gibt mehr Staub, es gibt mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr da eine bekannte Route ablauft. Die Route muss aber trotzdem erstmal genehmigt werden. Ich habe ja in einem Testvideo schon mal eine Route erstellt. Die ging leider nicht durch. Hier ist auch jetzt kein Shiny dabei gewesen. Wir fangen die drei hier noch aus der Quest mit. 404. Der dürfte ganz gut sein, die gucken wir uns mal kurz an. 100er ist es nicht, aber dürfte trotzdem gut sein. Ich habe ja in einem Testvideo schon mal eine Route erstellt. Die wurde nicht angenommen, die ging nicht durch. Vielleicht war die zu kurz, vielleicht war die zu unspektakulär. Das ist ein 98er jetzt noch hier mitgenommen. Warum? Diesmal habe ich wirklich geguckt, dass ich den Park richtig ausnutze. Wir alles vom Park mitnehmen, dass jeder Stop, der im Park ist, auch einmal gedreht wird, man einmal vorbeikommt, man vorne um den Park ein bisschen rumschlängelt, sodass du halt wirklich eine starke Route hast, die du ausnutzen kannst. Wenn die jetzt wieder nicht durchgeht, dann habe ich keine Ahnung, was man machen soll, um an den Routen zu kommen. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Der nächste C-Day ist ja, glaube ich, schon nächstes Wochenende. Vielleicht ist die Route dann im Spiel. Vielleicht kann ich die Route am Anfang des C-Days dann auswählen. Kann die ablaufen, um während des C-Days dann Zigarrezellen zu finden, mehr Spawns zu haben, mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, mehr Staub zu kriegen. Aber wenigstens habe ich hier dieses neue Route erstellen, was halt noch nicht jeder hat. Ansonsten, wie war euer C-Day? Wie habt ihr gespielt? Hat es Spaß gemacht? Zwischendurch hatte ich eine schöne Diskussion mit Marie, als es angefangen hat zu regnen. Sie hat gesagt, das nieselt, das regnet, das nieselt, das regnet. Hat mich an das Meme-Bild erinnert, wo die zwei Biker da sitzen und der eine dann den Stuhl nach dem anderen wirft. Das nieselt und das regnet. Wie gesagt, ihr könntet den Stream nachträglich angucken. Geht eine Stunde in voller Länge, wenn ihr wollt. Ansonsten habt ihr hier erfahren, wie die Ausbeute ungefähr so war und was sonst noch so passiert ist. Schreibt mal eure Ausbeute drunter. Wie lange habt ihr gespielt? Wie viel Scheinigs habt ihr bekommen? Wie viele normale? Wie viel mit Brille? Was ist euer Bestes? Habt ihr eure Ziele erreicht? Habt ihr Bock auf noch einen schicke C-Day? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Von meiner, ja genau, Peaceout-Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt erst mal Frühstück machen.